KUKA bietet weltweit an über 50 College Standorten Schulungen rund um die Robotik an. Allein drei Colleges befinden sich in Deutschland. Im Norden mit Sitz in Braunschweig, im Westen in Segen und im Süden in unserem Headquarter in Augsburg. Hi, ich bin Patrick. Ich bin seit sechs Jahren Trainer im KUKA College und ich zeige euch heute wie es ja aussieht. Kommt mal mit. Hier seht ihr unsere Trainingsräume, wo mit modernster Technik in angenehmer Atmosphäre die theoretischen Grundlagen vermittelt werden. Dabei läuft bei uns alles digital. Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin bekommt ein Tablet, auf dem sie die Unterlagen sehen und bearbeiten können. Aber das ist nur ein Teil unserer Schulungen. Wir legen hier einen großen Wert auf einen hohen Praxisanteil. Wir haben kleine Gruppen. Somit teilen sich maximal zwei Teilnehmer eine Zelle, so dass immer ein optimales Betreuungsverhältnis garantiert werden kann. An die Qualifizierung unserer Trainer stellen wir höchste Ansprüche. Alle erhalten eine intensive und lange Einarbeitung und verfügen über praktische Erfahrungen. Damit das Wissen auch jeweils immer auf dem aktuellen Stand ist, führen wir regelmäßig methodische und didaktische Weiterbildungen durch, aber auch Weiterbildungen zum Thema Neuerungen in der Technik. In unseren Schulungen setzen wir mit KUKA Sync moderne Simulationssoftware ein. So lernen die Teilnehmer, wie sie Roboterzellen selbstständig planen und wie sich der Roboter in der Zelle verhält. Hier im College finde ich vor allem eigentlich die Mischung aus Theorie und Praxis echt gut, wodurch ich mich dann auch auf die Übungen am Roboter vorbereitet fühle. Und KUKA bietet auch E-Learnings an, die ich mir sowohl vorbereiten als auch nach dem Kurs anschauen kann, damit ich mich in spezifischen Themen noch mal weiterbilden kann. Das Faszinierende an meinem Trainerjob ist, dass ich immer wieder beobachten kann, wie in kürzester Zeit die Teilnehmer hier etwas erreichen. Am Anfang ist noch alles neu, sie haben sogar eine gewisse Scheu vor den Robotern, aber am Schluss können sie dann komplexe Programme erstellen. Für Serviceelektrik und Mechanikkurse haben wir einen speziell dafür vorgesehenen Bereich, in dem wir die Schulungen mit einem hohen Praxisanteil in sehr vielen Hands-On-Übungen durchführen können. Alle Informationen zu unserem vielfältigen Schulungsprogramm findet man geclustert nach Zielgruppen, natürlich auch auf unserer Website. Wir Trainer legen großen Wert auf das Feedback der Teilnehmer, damit wir uns zukünftig immer die besten Trainings für unsere Kunden anbieten können. Wir freuen uns sehr, wenn wir euch als Teilnehmer bei uns begrüßen dürfen. Industrial Intelligence Industrial Intelligence Vizepräsidentin 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 Untertitelung des ZDF, 2020